Wie oft probst du in der Woche? Ich würde eigentlich sagen jeden Tag wahrscheinlich, also ich habe hier beim Roxy einen Proberaum und daher bin ich eigentlich jeden Vormittag da. Wie würdest du Fremden deine Musik beschreiben? Ich würde erstmal sagen traurig wahrscheinlich, das ist so immer die erste Antwort, die ich von Leuten auch kriege, aber eher melancholisch, so klassisches Storytelling eigentlich auch und Folk, also Folkmusik ist es, genau. Wie gefällt es dir auf der Bühne zu stehen? Das ist eigentlich das beste Gefühl, also das ist auch der Grund, warum man es eigentlich macht, also Musikstudio und alles andere macht irgendwie auch Spaß, aber auf der Bühne zu stehen, das ist so das ultimative Gefühl irgendwie, ja. Welche Themen bearbeitest du in deiner Musik? Alles mögliche eigentlich, also Beziehungssachen, das können gesellschaftliche Themen sein, die alltäglichen Dinge sozusagen, genau. Na, da steht gar nichts drauf, oder? Ah doch, wer bist du? Ah ja, ich bin Paul Holland, ein Singer-Songwriter aus Ulm. Ulm hat für die Größe so eine ganz, ganz coole Kulturszene, die meisten ziehen dann ja irgendwie nach Berlin und so weiter und ich, auch wenn ich immer nur drei Tage am Stück hier bin, das ist total schön, hier zu bleiben und hier zu wohnen. Was sagt die Zukunft, Hobby- oder Profimusiker? Ich bin jetzt seit Februar wieder in der Vollzeit Musik und also nach dieser langen Corona-Zeit, die ja jeden irgendwie geprägt hat, also nicht nur die künstlerischen Bereiche, habe ich jetzt den Einstieg wieder gewagt sozusagen. Das war die richtige Entscheidung, auf jeden Fall, also bisher. Seit wann machst du Musik? Ich habe mit sechs Jahren angefangen Gitarre zu spielen, habe dann mit zwölf angefangen zu singen. Das sind jetzt also 19 Jahre jetzt insgesamt schon, ja, und Songs schreibe ich auch, seit ich 15 bin oder so. Was bedeutet Musik für dich? Ich glaube, im Grunde Leben irgendwie. Also klar, ich mache es irgendwie beruflich und das ist auch mein Hobby, aber ich glaube, es ist die eine Sache, ohne die ich, glaube ich, nicht leben könnte und von der ich auch nie genug kriege. Was hast du mit dem Preisgeld vor? Also ich habe gerade so ein Projekt mit einem Künstler hier aus Ulm, das ist der Mathis von Rainbow Head. Das ist so eine Psychedelic Rock Band und wir wollen eigentlich so dieses Psychedelic oder eher diesen Indie-Bereich mit der Folkmusik sozusagen kombinieren und gehen zusammen ins Studio jetzt im Januar. Haben ein paar Songs zusammengeschrieben und da freue ich mich total drauf. Ich bin total dankbar, dass es diesen Förderpreis irgendwie gibt, dass man diese junge Ulmer Kunst, die sie ja schon existent ist, auch unterstützt und freue mich total natürlich auf den 20. Es ist, glaube ich, der 20. Oktober. Wird mich freuen, ein paar Leute zu sehen. Das wäre cool. Und genau. Letzte Frage. Wie bist du zur Musik gekommen? Ich glaube, durch meinen Vater. Also mein Vater ist aus London. Damals, also der ist jetzt schon 76, also wirklich irgendwie schon, als die Londoner Szene so richtig am Aufblühen war. Und daher bin ich da so reingerutscht. Und es war so immer der Traum meines Vaters sozusagen. So bin ich an die Musik gekommen. Genau. Ich glaube, das war's.